Und weiter geht's mit dem großen Tutorial zu Russian Fishing 4 und wie man startet und wie man die ersten Schritte macht in Russian Fishing 4, dass man so ein bisschen was an Silber verdient und mal ein bisschen ein besseres Setup bekommt. Ja, ich bin jetzt hier tatsächlich immer noch am Windenbach und hab hier mal oben in diesem eher stehenden Gewässer einfach mal meine beiden Stippen reingeschmissen. Hatte jetzt hier gerade einmal hier mit Mist, mit Zuckmücke hab ich's probiert und Teig will ich auch gleich nochmal ausprobieren. Das Schöne ist, wenn ich jetzt hier zwei Ruten drinne habe, hier hab ich einmal den Teig dran. Wenn ich hier zwei Ruten quasi draußen habe, hab ich natürlich die doppelte Chance etwas rauszuziehen. Hier ist jetzt schon mal so runter. Das weiß ich gar nicht, soll ich schon wieder anschlagen oder nicht. Die Pose ist ja weg. Man sieht nichts mehr. Zwei Möglichkeiten. Ah, ich glaub der hat sogar schon gehakt, ja. Da wurde schon hier unten der gelbe Balken, der hat sich schon ein bisschen gedehnt. Da hat sich also die Schläfergrundel, die hat sich schon verhakt hier. Das ist dann natürlich schon mal gut. Gut, andernfalls, wenn die Pose runter geht. Hier auch, hat sich auch von alleine gehakt, das ist natürlich sehr gut. Kleiner Giebel auf Teig, jawohl. Na, nicht so weit. Das ist halt eine ganz kurze Schnur noch, ne. Einfach nur so ein Stöckchen mit der Schnur dran. Das sind wirklich so die Basics. Und was eben auch hier immer ein bisschen tricky ist, jetzt seht ihr ja, das ist gespannt alles. In dem Moment, wo es vorne zuppelt und in dem Moment, wo ihr die greift, achtet mal auf die, ich hoffe man sieht es, achtet mal auf die Pose. Zack, Bewegung an der Pose, Bewegung am Köder. Der Köder sitzt hier, der Fisch kommt an, das zuppelt, zack, der Fisch ist weg. Das heißt, im Idealfall, die Stippe einfach nur halten. Auch bei dem, also gerade bei dem fließenden Gewässer, wenn da Treibangeln steht. Und zack, dann wenn sie wirklich runter geht, dann erst anschlagen, linke Maustaste einmal drücken. Oder, wenn ihr hier so stationär, wenn ihr es so macht, dann ein bisschen Schnur hier locker liegen lassen. Dann könnt ihr auch, hier ist da auch noch genug Schnur auf der, hier auf der blauen, auf der T-Listik. Und dann, da war schon wieder der Ruckler dran. Deck ist der Fisch. Das macht es halt echt schwierig. Also, mit der Pose ist es wirklich nicht leicht am Anfang. Lasst euch da nicht entmutigen. Es sind ganz, ganz viele Angler, die schon im hohen Level sind, die immer noch sagen, nee, Alter, Posenangeln ist nichts für mich. Oder gerade hier mit der, man muss ja, man muss ja leider mit den, mit den, ähm, mit den Stippen muss man halt anfangen, das Posenangeln. Zack, da ging es gerade schön rum. Da drunter, eine Laube. Übrigens, sensationeller Fisch, die Laube. Was, was sehen wir jetzt an diesem Fisch? Ganz wichtige Information. Wir haben einen winzig kleinen Fisch. 44 Gramm. 9 Zentimeter. Ähm, wir kriegen ganz gut XP dafür. Wir kriegen einen Skillpunkt dafür sogar. 0,0, äh, 0,2 Skillpunkte kriegen wir dafür. Und was wichtig ist, der Fisch, hier oben haben wir es, er hat einen gelben Haken, so ein Häkchen hier dran, grünlichen Haken. Das heißt, der Fisch ist maßig und bringt als maßiger Fisch in seiner Klasse schon ganz gut Silber. Untermaßige bringen halt wenig Silber. Maßige Fische bringen entsprechend viel Silber. Und, ähm, so kleine Lauben kann man eben mal ganz schnell, ganz gut fangen. Und wenn die eben, also Fische haben ein Trophy-Maß, ein Trophäen-Maß. Wenn man jetzt das Trophäen-Maß von der Laube erreicht hat, jetzt kommt sich, kommt natürlich gerade die Frage, wie hoch ist das. Aber je näher man halt an diesem Trophäen-Maß ist, desto mehr Kohle kriegt man für diesen maßigen Fisch. Und bei so einem kleinen Fisch ist es eben deutlich leichter, mal eben das Trophäen-Maß zu erreichen. Wenn man jetzt sagt, boah, geil, Alter, ich will Wels angeln. Ein Wels ist halt mit 100 Kilo Trophäe. Ja, da gibt es aber von einem winzigen Wels mit, keine Ahnung, einem Kilo bis 100 Kilo ist ja eine Riesenspanne. Dementsprechend wenig Silber kriegt ihr natürlich dann für einen unmaßigen oder vielleicht gerade so eben maßigen Wels. Also das immer mit beachten. Kleinfische angeln heißt nicht automatisch, dass man damit kein Geld verdient. Durchaus ruhig hier diese Lauben und die Gründlinge und Muscheln und was nicht alles auf all diese kleinen Fische am Anfang ruhig angeln. Auch so ein Karpfen mit 40 Kilo, 30, 40 Kilo, das macht halt richtig Bock. Und wenn er hier so gerade mal 3 Kilo wiegt, dann ist es vielleicht ein maßiger Fisch. Aber wahnsinnig viel Silber kriegt man eben auch nicht dafür. Da zuppelt es wieder ganz leicht auf der 2. Zack. Linke Maustaste hat nicht gehakt. Passiert halt immer wieder. Das haben wir hier. Ich habe hier gerade eben versucht, ich habe hier gerade eben versucht mit, ich ändere hier nochmal eben auf die Zuckmückenlarve, mit der Spinningrute. mit der Spinningrute einmal hier durchzuziehen. Ich habe hier so schräg rüber ausgeworfen. Zack, kam ein Hecht und habe mir die Schnur durchgebissen. Das heißt, ich muss mir erstmal einen neuen Köder kaufen. Beziehungsweise gab es nicht sogar noch einen Ersatzköder? Kunstgürder gab es. Ja, Spinning ist zwar schön, ist auf meinem Hauptaccount glaube ich mit das meiste, was ich jetzt gemacht habe die letzten Monate. Aber Spinning ist eben auch recht komplex, so wie die ganzen anderen Angelarten auch. Also es hat alles Vor- und Nachteile. Letzten Endes muss man einfach irgendwann wissen, was macht mir am meisten Spaß, wo habe ich am meisten Bock drauf. Und man kann natürlich für jedes, für jede Angelart kann man sich einen Extra-Account machen. Ich habe das jetzt mehrfach schon gehört von verschiedenen Spielern, dass sie das gemacht haben. Weil man ja auch, hey, 13 Meter weit geworfen. Weil man ja auch Skill-Punkte verteilen muss. Letzten Endes fangt erstmal an, das wichtigste Angeln ist höchstwahrscheinlich das Grundangeln. Einfach mit den Fiederrouten, später mit den Karpfenrouten. Damit kann man sehr, sehr, sehr viele Fische rausziehen und auch recht einfach. Und ja, wie das mit dem Grundangeln dann halt funktioniert, da kommen wir ja jetzt gleich noch zu. Ich hoffe, ich habe gleich genug Silber zusammen, dass wir uns das erste Grundangel-Set schon mal leisten können. Aber dafür muss ich jetzt hier nochmal ein paar Fische rausziehen. Jetzt gucken wir mal, hier ist schon gerade zweimal einer drangegangen. Und nicht gehakt. Echt tricky. Also am besten in der Hand behalten. Am besten in der Hand behalten. Oder ich gehe gleich tatsächlich doch nochmal zu den, zum fließenden Gewässer. Was man merkt, am fließenden Gewässer ruhig so einen fleischigen Köder mal verwenden. Da gehen dann doch die etwas aggressiveren Fische drauf. Hier sind es halt dann die etwas behäbigeren Fische. Ein Rotauge mal. Das zuppelt gerne mal ewig lange an dem Köder rum. Ähm, Giebel und Karausche. Also die... Nächstes Level. Jawohl. 53 Gramm Laube. Sehr schön. Aufzugmücke hier. Ähm, die aggressiveren Fische beißen halt einfach mal schneller zu. Barsche zum Beispiel. Zack, geht der Barsch rein. Lohnt sich. Also das ist dann auch deutlich leichter mit der Stippe irgendwie zu anzuziehen oder zu packen. Zu haken. Da oben geht gerade was. Ah. Wechseln, wechsel, wechsel, wechsel. Komme ich noch dran. Yep. Und da geht einer rein. Auch nochmal auf Zuckmücke. Auch nochmal eine fette Laube mit 84 Gramm. Ja, jetzt ist er hier gelandet. Das passt schon. 84 Gramm Laube. Hier geht das nächste Ding los. Ist er noch dran? Habe ich ihn schon wieder verscheucht? Jetzt geht es hier auf A2. Also es ist auch gar nicht so einfach mit zwei, gerade mit zwei Posen gleichzeitig. Das kann schon echt hektisch werden. Und es heißt auch nicht zwingend, dass man mit zwei Posen gleichzeitig auch mehr rauskommt. Wenn man jetzt, so wie ich jetzt hier gerade, mehrfach die Fische verscheucht, hat man ja auch nichts davon. Aber auch so. Es ist und bleibt immer ein bisschen tricky. Macht euch nichts draus. Es liegt auch am Anfang mit an den schlechteren Haken, die man hat und sowas. Also es sind alles so Kleinigkeiten, die da mit rein spielen. Es kann halt schon mal eher an den, äh, passieren, dass die Haken nicht direkt haken. Und dass die, ähm, oder dass die Fische dann nochmal eher ausschlitzen. Das ist halt beim, am Anfang so. Einfach mal so ein bisschen länger rumziehen. Und man sieht ja, wie der Fisch wirklich runterzieht, die Pose. Wenn man in dem Moment anschlägt, wo er schon, wo die Pose wieder hoch geht, ist es schon wieder, ist er schon wieder weg. Also man kann auch einfach so ein bisschen länger zuppeln lassen. Und es muss halt eigentlich richtig runtergehen. Ganz kleine Bisse. Da ist er jetzt dran. Zack, 61 Gramm Laube. Sehr gut. Wie gesagt, Laubenstippen, Leute, lohnt sich. Laube ist übrigens ein Fisch, den man auch später als Köderfisch noch gut verwenden kann. Och, da ist er schon wieder dran. Und, ui, was dickes. Ei, ei, ei. Och, wie schön. Kleiner Barsch. Sehr schön. So, ich angehe noch ein bisschen weiter. Und dann, äh, gehe ich gleich mal verkaufen. Und dann gucken wir mal, dass wir uns ein paar neue Sachen kaufen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020